Hallo zusammen, eure Kühlbox ist zu laut, der Kühlschrank ist zu laut oder das Kühlaggregat ist zu laut. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei den Mitbewerben so. 1-2% aller Kühlgeräte, die wir ausliefern, sind zu laut, liegt aber nicht an den Kühlgeräten, sondern an den Ohren gewisser Leute. Oder sie schlafen direkt neben dem Kühlschrank, Punkt. Will ich mich jetzt nicht äußern, warum der Kühlschrank zu laut ist oder der ist so schässlich eingebaut, dass nicht eine Kühlbox und ein Kühlaggregat, dass es, wenn ihr so einen Lüfter vor einen Geigenkasten setzt, dann dröhnt das richtig. Wir haben hier diese Steuerung für die Drehzahlabsenkung vom Lüfter. Weil dieser Lüfter, der hier montiert ist, Kompressor, der Lüfter ist meist lauter als der Kompressor. Ich habe hier einen Dezibelmeter, wenn ich jetzt hier rede, schlägt das aus. Also einfach als Vergleich. Jetzt was kann ich machen, wenn der Lüfter zu laut ist? Ich kann den Lüfter setzen durch einen, der weniger lüftet, viel leiser dreht, aber der lüftet dann auch weniger. Das Problem ist, wenn es kalt ist, wie jetzt draußen, dann ist das nicht so ein Thema. Nur wenn ich im Sommer Kühlleistung will und ich baue einen schwächeren Lüfter ein, wieder hier vorgesehen, dann bringe ich die Leistung nicht mehr hin. Oder ich brauche viel mehr Strom, um die gleiche Leistung hinzukriegen. Bei niedrigen Temperaturen, da könnte ich jetzt einen schwächeren Lüfter einbauen, das würde gehen. Aus diesem Grund habe ich hier dieses Teil hier, das besteht aus einem Thermostat und ist eigentlich eine Verlängerung. Wir achten jetzt hier, da bin ich so um 78 bis 80 Dezibel, wenn ich mal nicht rede. Und wenn ich den Lüfter hier ausziehe, der ist angehängt auf der Klemme F wie Fan, weil wir verbauen jetzt Dampfos Secop Kompressoren, es gibt chinesische Nachbauten, sind identisch aufgebaut, auch die Klemme F für Englisch Fan. Wenn wir jetzt wieder hier ruhig sind, oder ich wenigstens, dann gehe ich runter von den 80 auf 65 Dezibel, direkt hier dran. Ich habe noch den Kompressor, der läuft, aber es ist eindeutig, wenn man das nebensteht, läuft der Lüfter nicht. Jetzt hier dieser Wärmetauscher, der wird warm und die Wärme kann jetzt nicht abgeführt werden und durch das wird das Gerät jetzt noch eine Zeit lang kühlen, aber nachher wird es hier ersticken, weil dieser Lüfter nicht funktioniert. Jetzt nehme ich diesen Widerstand und hänge den hier auf den Klemme F und hänge das dazwischen, dann läuft der Lüfter wieder. Aber jetzt ist der Lüfter leiser als der Kompressor, aber trotzdem, ich spüre es jetzt hier, wie die warme Luft hier rausgedrückt wird. Wenn das kalt ist draußen, überhaupt kein Problem. Ich kann da so einen Flüsterlüfter einsetzen, der die Luftleistung nicht bringt. Was ist jetzt aber, wenn ich hier drin warm kriege, ich habe hier so ein Sturmfeuerzeug und ich heize diesen, also der Lärm ist auch, wenn ich nicht rede, 68 Dezibel ist ein bisschen lauter, als wenn er gar nicht laufen würde. Und wenn ich jetzt hier mit dem Sturmfeuerzeug hier ein bisschen heize, bei 40 Grad hier drin schaltet der Lüfter auf höhere Temperatur. Wir haben es probiert mit 30 Grad, aber wir haben hier drin sowieso eine höhere Temperatur wie außen und es ist noch nach dem Lüfter der Thermostat hier ist auch relativ träge. nur da spielt eigentlich keine Rolle, weil der muss bis es hier drin warm ist, läuft auch seine Zeit. Und jetzt ist der hier warm geworden. Der Lüfter läuft wieder und wenn wir wieder auf diese Dezibel-Anzeige schauen, bin ich wieder bei der hohen Leistung und sobald hier die Temperatur wieder runter sinkt, habe ich dann wieder den Flüster-Lüfter. Aber ich darf nicht einfach einen schwächeren Lüfter einbauen. Das war es von diesem Widerstand hier. gibt es bei uns im Lager-Shop. Der Lager-Shop seht ihr hier, geht es hier rauf. Ja, das soll es gewesen sein und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich nehme mir das verriert. Das soll euch Und ich lasse